Mein Name ist Christian Danner und ich habe hier in Snatterton in England auf dieser Rennstrecke schon viel Zeit meines Lebens verbracht, allerdings in einem Rennauto. Heute freue ich mich ganz besonders darüber, dass ich einer der ersten Menschen auf dieser Welt bin, die exklusiv den neuen F-Type Jaguar fahren dürfen. Und ich bin mir sicher, ich habe eine Menge Spaß. Das Auto, wenn man es zum ersten Mal sieht, schaut natürlich cool aus, aber wenn man drin sitzt, sitzt man sehr tief, aber man hat sehr guten Blick, man kann auch den Kurvenscheitel sehr gut sehen, wie hier, man sieht, man kann das Auto sehr gut positionieren. Und was mir persönlich unglaublich Spaß macht, ist die präzise Lenkung. Das ist wirklich sehr, sehr genau und man bekommt exaktes Feedback. Das heißt, man lenkt zu viel oder zu wenig und man spürt immer ganz genau, was Sache ist. Beim Hochbeschleunigen klingt ziemlich sexy, muss ich sagen. Spürt man natürlich, wie das Auto durch die, wie der Motor durch die Drehzahl, durch das Drehzahlband geht. Aber es ist immer noch, obwohl es richtig vorwärts geht, immer noch sanft toll. Die Lenkung beim F-Type ist natürlich hier in so langgezogenen Kurven ganz besonders angenehm, weil sie unglaublich präzise ist und man ein schönes Gefühl hat, eine schöne Rückmeldung bekommt. Und deswegen kann man das Auto exakt positionieren und das gibt natürlich ein unglaublich angenehmes Fahrgefühl. Der Motor hat richtig Rauch an der Kette, das muss man mal ganz klar sagen. Richtig Rauch an der Kette, weil er halt ein unglaubliches Drehmoment hat. Und wie er aufs Gaspedal reagiert, ist sehr direkt, aber man kann sich sehr gut drauf einstellen. Das heißt, man kann sehr gut dosieren. Das Schöne an dem neuen F-Type Jaguar ist natürlich die Tatsache, dass der Rauch hat an der Kette, dass er richtig Performance hat, dass er unglaublich schön zu lenken ist, aber dass der Fahrer immer die Sache unter Kontrolle hat. Und das ist der Grund, warum man sich so wohl fühlt in dem Auto und das ist der Grund, warum es so viel Spaß macht.